Hallo, heute geht es wieder um Agilcare und die Verbindung zur Lunge. Damit Agilcare auch weiterhin vor Preiserhöhungen verschont bleibt und dass Agilcare auch von Menschen genutzt werden kann, die nicht so einen dicken Geldbeutel haben, meide ich jeglichen Vergleich oder die Erwähnung eines kausalen Zusammenhangs zwischen der Anwendung von Agilcare und der Beseitigung von Krankheiten. Ich meide es also und ziehe diesen kausalen Zusammenhang auch nicht. Ich freue mich täglich über das Feedback von Anwendern von Agilcare, die mir ihre Erfolge berichten. Heute möchte ich das von Herrn A. berichten, weil es mich so stark vor wenigen Tagen beeindruckt hat, als mich Herr A. dazu anrief. Herr A. lebt in einer norddeutschen Großstadt und leidet seit vielen Jahren schon unter einer obstruktiven Lungenerkrankung, einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Ich meine, es ging sogar über Jahrzehnte schon, dass er mit Schwierigkeiten beim Atmen gerechnet hat und seine Parameter waren besonders schlecht und ich möchte darüber berichten, wie er es schaffte, seine Lungenfunktion um 70% zu steigern und wie er seinen Arzt bei einer Nachuntersuchung verblüfft hat, wie gut auf einmal seine Werte waren. Und das alles geschah durch nur dreitägige Anwendung von Agilcare, durch Selbstanwendung von Herrn A. Also, was ist geschehen? Herr A. litt also schon sehr lange unter der chronischen obstruktiven Lungenerkrankung. COPD nennt man das. Und bei ihm ist Stadium 4 eingetreten. Man spricht da von einem Endstadium. Welch erschreckende Beschreibung. Und Herr A. ist 71 und wollte sich sowieso niemals damit abfinden, sich in einem Endstadium zu befinden. Er wollte unbedingt eine Verbesserung, doch haben viele Arztbesuche, Medikamenteneinnahmen, externe Sauerstoffversorgung und andere Maßnahmen ihm nicht geholfen bei der Bewältigung seiner Erkrankung. Es trat keine Verbesserung ein. Er informierte sich über das Internet und wartete eigentlich so immer auf dem Laufenden. Als nun vor einigen Tagen noch eine zusätzliche Belastung dazu kam, Herr A. bekam nämlich einen anhaltenden Husten, besonders in der Nacht, was ihn sehr belastete. Und der Husten war verbunden mit Auswurf. Und diese Belastung, die wollte nun Herr A. nicht mehr ertragen und wandte sich an mich, denn er hatte im Internet von Agilkehr gelesen, was ja gegen Parasiten im Körper erfolgreich sein kann. Und fragte mich, was er tun könne. Und nachdem Herr A. das Agilkehr bestellt hat, suchte ich ihm seine Anwendung aus, die ich ihm empfohlen habe, aufgrund seiner Laborwerte und aufgrund der Beschreibung mit dem Husten und dem Auswurf. Herr A. hatte anscheinend gleich ein ganz großes Vertrauen in meine Empfehlung gegeben, denn schon mit dem ersten Tag, als er es einsetzte, diese Anwendung, beendete er schon seine externe Sauerstoffversorgung, die 24 Stunden rund um die Uhr für ihn vorgesehen war und setzte alles auf Agilkehr. Das wäre gar nicht notwendig gewesen, er hat mir das auch nicht gesagt. Nur im Nachhinein habe ich es erfahren. Und schon nach der ersten Anwendung konnte er nachts durchschlafen. Der dauerhafte Husten war beendet und Auswurf, gelblich-orangen Auswurf, gab es auch nicht mehr. Er fühlte sich besser. Noch zwei Tage hat er es eingesetzt. Jeder Einsatz ist ja so einige Minuten nur. Und da gibt es wenig zu berücksichtigen. Das kann eigentlich jeder, der Agilkehr hat, leicht durchführen. So hat es auch Herr A. gemacht. Und er fühlte sich wesentlich besser. Und ging dann am vierten Tag zu seinem Arzt, zu einer Nachuntersuchung. Diesen Arzt besuchte er schon mehrere Jahre und der Arzt hat viel Erfahrung und kennt auch den Fall Herrn A. sehr gut und dessen individuellen Zustand. Und das auch bei ihm über Jahre keine besseren eingetreten war. Nun staunte der Arzt sehr über die Messwerte, denn die Lungenfunktion wurde um 70 Prozent verbessert, was in einem Wert der Vitalkapazität zu sehen war. Und was noch erstaunlicher war, der Sauerstoffpartialdruck, das ist eine Messung des Sauerstoffgehalts im Blut und wir wissen ja alle, über die Lunge kommt aus der Luft Sauerstoff ins Blut und den brauchen wir überall. Und während Herr A. bis dahin, also bis vor der ersten Behandlung mit Agilkehr, einen Sauerstoffpartialdruck von nur 80 Prozent hatte, ich ordne das gleich ein, konnte der Arzt 96 Prozent Sauerstoffpartialdruck durch Pulsoxymetrie messen. Dazu muss man wissen, dass der Normalwert für Menschen, die keine Belastung haben, die nicht krank sind, der Normalwert zwischen 96 und 100 Prozent liegt. Und der vorherige Messwert von 80 Prozent, so etwas habe ich in meinem ganzen Berufsleben noch nicht gehört, dass es so niedrige Werte gibt, der war ja sogar schon mit externer Sauerstoffversorgung bei Herrn A. erreicht worden. Welch ein Fortschritt von diesen pathologischen 80 Prozent auf die 96 Prozent Sauerstoffpartialdruck zu kommen und das nur in drei Tagen. Also wunderbar. Und letzten Endes spürte natürlich Herr A. auch die Verbesserung. Er konnte Stufen wieder allein laufen. Das war vorher nur mit Rollator und Unterstützung möglich und nicht mehr als drei Stufen in einem Zug. Also er fühlte sich sehr wohl und das war genug Anlass, mich am Tag 5 anzurufen. Und ich merkte schon an seiner Stimme am Telefon und an seinem Atem, an seiner Atemcharakteristik, dass es ihm viel besser anscheinend ging, als bei dem Anruf vor der Agri-Care Anwendung. Also eine riesengroße Freude, für mich auch eine Erleichterung und Bestätigung, was man doch alles tun kann, um selbst Erkrankungen zu besiegen. Nun will ich auf keinen Fall einen kausalen Zusammenhang zwischen der Anwendung von Agri-Care und dem Gesundheitszustand nach drei Tagen hier stellen. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist das praktische Ergebnis, der Erfolg für jeden der Anwender. Nun hat Herr A. aus der weltweit größten Frequenzmustersammlung, denn die habe ich, die biete ich mit Agri-Care, die Anwendung A 371 Chlamydia pneumoniae eingesetzt. Das war auf meine Empfehlung hin und das brachte offensichtlich diesen Fortschritt und versetzte Herrn A.s Körper in diesen gewaltig guten Zustand und ertüchtigte ihn mit dem bakteriellen Befall fertig zu werden und seine Lungenfunktion wesentlich zu verbessern. Dem Risiko, durch abgetötete Bakterien im menschlichen Körper eine Vergiftung zu erleiden, entging Herr A. auch nach meiner Empfehlung durch die Einnahme von täglich sechs Gramm, Naturzeile 10 Mikrometer. Interessenten, die meine Blogs verfolgen, wissen, was das bedeutet und dass das überhaupt keine große Aufwendung ist. Herr A. setzte die Technik Agri-Care mit seinem heimischen Computer zu Hause ein, ohne fremde Hilfe und somit ist das eine sehr sehr praktische Geschichte. Wer sich darüber informieren möchte, welche Funktions- und Organindikationsgruppen es gibt und wie viele Indikationen überhaupt, der kann auf der Website, die unten angegeben ist, sich informieren. Und wer soweit ist, dass er sich selbst die Lebensqualität mit Agri-Care verbessern möchte und sich an Agri-Care beschaffen möchte, der gehe bitte auf den Shop www.shop.schmerzen-was-tun.de. Für Fragen stehe ich zur Verfügung und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.